Die Frixen-Stifte sind mal wieder am Start, Leute, mit einer neuen Aktion. Individuelle Stifte mit eigenem Design ist hier die Idee. Ich durfte einen Sticker gestalten. Was das alles mit niedlichen Kätzchen zu tun hat und wie man sie zeichnet, seht ihr hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzelpixel hier auf meinem Kunstkrempel-und-Zeichen-Channel. Mein Name ist Isabel und heute malen wir kleine Kätzchen. Dieses Video ist ein Werbevideo in Zusammenarbeit mit der Firma Pilot und ihrer Stifteserie Frixen. An die tollen Stifte erinnert ihr euch sicherlich noch, denn dazu hatten wir schon mal ein sehr kreatives Video gestaltet. Ja, und die Firma Pilot hat sich mal wieder etwas sehr Kreatives für euch ausgedacht. Online gibt es nämlich von ihnen einen Baukasten, um für genau diese Stifteserie einen individuellen Sticker zu gestalten. Ja, individuell, mit Text und allem drum und dran. Danach bekommt ihr diesen selbstgestalteten Sticker dann zugeschickt und könnt ihn auf einen eurer Frixen-Stifte kleben. Und diese Sticker sind vollkommen kostenlos. Ihr braucht lediglich den Kaufbeleg eines Frixen-Stifts. Dann geht's auch schon los und ihr bekommt den nach Hause geschickt. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein, was? Ihr könnt euch alles dazu durchlesen in der Videobeschreibung, da habe ich natürlich auch alles verlinkt. Von sowas bin ich ja immer mehr als begeistert. Ja, Stifte braucht man ja sowieso. Und ja, die Auswahl von Pilot ist halt qualitativ gut und bunt, vor allem bunt. Da ist für jeden was dabei und dann kann man die ganzen Stifte auch noch jetzt individualisieren mit Stickern und Slogans oder seinem eigenen Namen. Meinen Sticker, den wir in dem heutigen Video gestalten werden, findet ihr übrigens auch in diesem Design-Baukasten und könnt euch, wenn er euch gefallen sollte, ja, ihr könnt den Sticker genau so bestellen. Und ich hatte natürlich gleich tausend Ideen für mein Design. Mein Maskottchen ist eine cremefarbene Katze namens Mio. Sie existiert lediglich als Kreation und entspringt einem Pinselstrich, leider keinem Katzenkorb. Aber das macht ja nichts. Kätzchen zu zeichnen ist sowieso eine ausgesprochen angenehme Beschäftigung. Jeder mag Kätzchen und deswegen werden wir heute Kätzchen malen. Ich spreche mit euch über die Anatomie der Katze und mein Design für meinen Sticker. Nach dem ersten analogen Brainstorming wusste ich dann auch, welche Elemente ich in etwa ja nutzen möchte, konnte mir Referenzen suchen und habe dann digital alles nachgestellt. Schnell wurde mir klar, ich will meinen Stay-Positive-Spruch auf dem Sticker leuchten sehen. Denn für all jene, die im täglichen Einsatz, besonders in der Schule, mit diesem Stift arbeiten, führt dieser Sticker somit zu einer positiven Botschaft. Da das Design sich rund um den Stift legen wird, habe ich weder viel Platz für große Motive noch eine schnörkelige Schriftart. Lediglich der Kopf des Kätzchens wird gut zu erkennen sein. Tja, dann legen wir halt auch genau den Fokus darauf, weil außerdem mag jeder Kätzchen und Kätzchen und Argument Kätzchen, ja. Ich habe mich für ein ganz leichtes Muster im Hintergrund entschieden, den Slogan und ein paar andere kleinere Details, die man kaum sehen wird. Ja, das Blau ist gewagt. Das ist nicht nur ein schneidender Kontrast. Eventuell kommt es auch ein bisschen blass im Druck heraus, aber es ist nur der Hintergrund. Wieso sage ich, es kommt eventuell etwas blasser im Druck heraus? Nun, es ist ein dunkles, violettes Blau. Und das ist etwas schwierig umzusetzen mit einer Drucktechnik, die auf CMYK basiert. Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz. Ihr wisst schon, die Primärfarben, die alle anderen Farben ermischen können. Allerdings sind das ja Pigmente. Es ist ja nicht das reine Licht, das wir zu Papier bringen. Und Pigmente haben alle Grenzen. Und ja, ein schönes Cyan-Pigment und ja, ein schönes Magenta-Pigment können ein schönes violettes Blau ergeben, werden aber niemals, weil es eine Mischung ist, so perfekt sein wie ein reines violettes Blau-Pigment, das man aus einem Stein oder so gewonnen hat. Ich habe mich nicht näher damit auseinandergesetzt, wie man das macht. Aber hier könnt ihr schön den Unterschied sehen zu einem ermischten Blau-Violett und einem reinen Blau-Violett. Eine Farbmischung halt. Das ist nicht so schlimm. Es ist nur ein Hintergrund. Und es geht sowieso hauptsächlich ums Kätzchen. Und der Fokus liegt auf dem Kätzchen. Und da sind wir auch schon beim Hauptthema des Videos. Kätzchen. Wie malt man eine Katze? Letzten Endes habe ich diese Frage schon beantwortet in meinem Video, wie man Augen malt und wie man Nasen malt. Man studiert das Objekt. Aber eine Katze ist in ihrer Funktion ein bisschen komplexer als ein Auge. Deswegen gehen wir auf diese Punkte im Detail ein. Ich habe euch erklärt, wie ihr euch die Form eines Objekts genauer betrachtet, wie ihr euch die Funktion betrachtet. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen tiefer hinein, wie das Ganze funktioniert. Bei einem komplexen Skelett. Am einfachsten ist es, ihr fangt bei einer Katze genau wie bei einem Menschen mit einem Strichmännchen, Kätzchen, Strichkätzchen an, ja, plus Gelenke. Denn es ist gar nicht so einfach, die Funktion des Körpers dieses Tieres zu verstehen. Ohne Referenzen keine Chance. Aber hey, im Internet gibt es sicherlich so ein, zwei Billiarden Katzenbilder. Also kein Problem. Schnappt euch zum Beispiel das Foto einer Katze und malt das Strichkätzchen darüber. Das hilft euch, die Funktion des Körpers zu verstehen. Somit könnt ihr auch die Referenz besser lesen und darstellen. Erstmal vereinfachen, dann komplexer werden und dann wieder vereinfachen. So funktioniert Malerei. Auch ist es hier wieder hilfreich, sich ein grobes 3D-Gitter einzuzeichnen, um ein Gefühl für die Ecken, Flächen und Rundungen zu erhalten. Das haben wir ebenfalls in meinen Tutorials rund um Nase und Auge schon gesehen. Dann Tipp Nummer 3, übertreibt. Das mache ich immer sehr gerne. Dieser Katzenkopf hier ist deutlich fern der Realität. Aber ich übertreibe bewusst ganz bestimmte Flächen, damit das Gesamtbild gröber ist. Also vereinfacht und somit erstmal einfacher zu verstehen. Außerdem fällt mir dann sofort auf, welche Fläche ich noch nicht ganz verstanden habe, ich zu detailliert werde. Man modelliert ja auch erstmal Gruppenkopf, ehe man halt ins volle Detail geht. Dann arbeite ich mich, natürlich mit Referenzen, von Bild zu Bild voran. Realistischer und ausdrucksstärker. Das Gesicht an der Katze ist etwas Besonderes, denn eine Schnauze gilt es erst zu verstehen, ehe man sie zeichnen kann. Alle anderen Features der Katze sind durchaus in Anführungsstrichen menschenähnlich und somit leichter zu verstehen, hat man mit Menschenmalen schon Erfahrungen gesammelt. Aber eine Schnauze ist doch recht neu. Man muss sie erst in Funktion und Form verstehen, ehe es einem gelingt, sie zu zeichnen. Da hilft es halt, wie immer viele Studien zu machen. Tja, ansonsten ist eine Katze ein sehr runder, beweglicher und doch recht einfach zu zeichnender Körper, da man nicht 100% richtig liegen muss, um das Bild richtig aussehen zu lassen. Wir Menschen sehen Fehler an menschlichen Körpern eher, als an für uns fremden Objekten oder Körpern. Nachdem ich also mehrere Übungen angefertigt habe, gehe ich über von realistisch wieder zu minimalistisch. Nehme mir dabei meine kleine Pet Me Please Katze vor und versuche diese etwas realistischer umzusetzen. Also die Arme sind bei diesem Emote hier stark vermenschlicht und eine richtige Katze sehe dann doch etwas anders aus. Referenzen sind der Schlüssel, aber auch die bewusste Auseinandersetzung mit der Referenz. Malet euch immer warm, arbeitet euch immer ein mit Formen und Perspektive, die ihr benötigt für euer Bild und dann geht es los. Erstens habt ihr dann ein besseres Selbstwertgefühl, weil ihr euch einfach vorbereitet habt, wie vor einem Test. Ein Bild, ein Kunstwerk ist quasi immer so die Prüfung und vorher muss man für die Prüfung lernen, anders geht es nicht. Nie einfach nur malen, wenn ihr ein Meisterwerk erschaffen wollt. Ja klar, man kann einfach vor sich hin malen, das ist logisch, aber wenn man das Bild, was man vor Augen hat, umsetzen will, dann ist das auch nicht anders als jede andere Arbeit. Man muss dafür trainieren und das aus dem Handgelenk zu schütteln, was viele andere Zeichner und Maler oft machen, wenn man so ein Gesicht malt und die Leute schütteln das aus dem Handgelenk, liegt daran, dass sie das einfach 100, 200.000, 300.000, 400.000 Mal gemalt haben und einfach aus dem FF kennen. Und selbst sie werden ohne Referenzen da eher Fehler machen. Also nie die Scheu haben zu üben und nie das Gefühl haben, dass wenn man mit Referenzen arbeitet, man irgendwie was falsch macht oder man sollte es ohne Referenzen können. Kein professioneller Maler arbeitet ohne Referenzen. Okay. Danke. Ich mag meinen Sticker. Er ist schlicht und nett, wird auf dem Stift gut aussehen und spricht sicherlich mehrere Leute an. Das ist jetzt nichts künstlerisches, extravagantes, sondern soll genau das ausdrucken, was ich wollte. Eine kleine Botschaft, ein netter Satz und ein süßes kleines Kätzchen. Ja. Schnappt euch meinen Aufkleber zu eurem Friction Pen oder gestaltet selber eine positive Botschaft auf einem Arbeitsmaterial. Was für eine schöne Idee. Vielen Dank an Pilot. Erneut für die großartige Zusammenarbeit und eure schönen Ideen für die Menschen großartige Stifte zu gestalten. Vor allen Dingen die Gestaltung, die immer im Fokus liegt. Herrlich. Ich mag sowas. Wenn ihr noch Fragen zu der Thematik Katzen habt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Ich habe euch dort jede Menge Referenzen verlinkt zu Skeletten, Muskulatur, Videos in Slow Motion von Katzen, wie sie sich bewegen, damit man halt den Bewegungsablauf besser verstehen kann. Tonnenweise Pinterest-Seiten, auf denen ihr jede Menge Referenzen findet. Dann letzten Endes ist es halt immer wieder der gleiche Prozess. Funktion verstehen, Form verstehen. Alles in simple und einfache, verständliche Einzelheiten zerlegen und das dann wieder wie ein Puzzle zusammenzubringen. Ich kann euch keine magischen Fähigkeiten mitgeben, die es euch leicht machen, ein Objekt zu zeichnen. Das ist immer der gleiche Studienprozess. Klar gibt es da ein paar Shortcuts. Man kann aus einer Birne eine Katze machen. Das geht. Aber es ist mal besser, man hat ein Verständnis, warum man diese Form nutzen kann, um eine Katze zu gestalten und nicht einfach nur den reinen Shortcut, um mal eben schnell eine Katze zu Papier zu bringen, auch wenn das ganz niedlich aussieht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich wahnsinnig auf eure Stickerkreation. Bitte schickt mir eure Designs auf Instagram und Twitter einfach an Kritzelpixel. Alle Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und dann kann ich mir das mal angucken, was ihr alles so gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne Fotos schicken, wie ihr mit meinem Sticker und eurem Stift arbeitet. Das fände ich auch ziemlich cool. Ich möchte jetzt all meine Stifte mit Stickern bekleben, weil ich bin vorher noch nie auf den Gedanken gekommen, dass ich meine Stifte mit Stickern bekleben kann. Ja, ich habe da ein bisschen was zu tun. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Kritzelpixel. Tschüss. Äh. 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 Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Gebt doch ein Video an und lasst ein Abo da dran. Bebe, 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 de, 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 bebe, 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 bebe Bis zum nächsten Mal.